Hallo zusammen und willkommen zurück zu Minecraft Skyworld, weiter geht's und heute sind wir unterhalb der Immersive Engineering Insel, weil wir dort etwas schönes bauen und zwar einmal diese Grinder, damit diese Tintenfische hier rauskommen. So, ich weiß nicht, ob man es hört, aber irgendwie ist wieder der Anflug einer Erkältung. Kann sein, dass das heute mein letztes Video ist für die nächsten Tage. Also, falls das sein sollte, bitte informiert die anderen unter den Videos, wie auch immer. Also, da werden wahrscheinlich viele Fragen kommen, bringst du denn gar nichts mehr, ist nur blöd, weil ich am Wochenende eigentlich live streamen wollte auf der DreamHack. Ich hoffe, das klappt, müssen wir mal schauen. So, wir haben Shane Top, also ich wollte erst die Immersive Engineering Seine nehmen, aber die sehen irgendwie kacke aus. Deswegen nehme ich die jetzt und ich würde sagen, wir brauchen noch ein bisschen Stein und natürlich die Grinder. Ich überlege gerade, soll ich vielleicht die Grinder zuerst machen, das ist interessanter als die Ketten, ne? Okay, los geht's. So. Und, äh, ich wollte einfach mal ausprobieren, wie es funktioniert mit meinem Hals. Hört man das eigentlich? Den Grinder. Oder sagt man so, eigentlich hört man das nicht, du laberst. Also, ich weiß es nicht, können da mal sagen. So, ein, zwei, wir brauchen zwei Grinder da unten, sieht cooler aus. Einer würde reichen, zwei sind cool. Was fehlt denn noch? Ja. Diamond Spikes. Dafür brauchen wir sechs Schwerter. Also, zwölf. Ab ins System. Zwölf Schwerter am Start. Diamantenblöcke, haben wir die? Weiß ich gar nicht. Jetzt haben wir ein Stack, reicht. Äh, Diamond Spikes. Ein bisschen mehr als, äh, gewünscht. Iron Spikes, aber auch mal Schwerter. Aber da kommen ja mal vier raus, ne? Check ich mal die. Okay. Ich hoffe, die werden nicht direkt weggeschmissen. Bitte nicht. Bitte nicht direkt wegschmeißen. Nein, die werden weggeschmissen. Ah. Ich hatte es geahnt, die werden weggeschmissen. So. Dann machen wir es anders. Machen wir so und so und so. Und so und so. Ne, falsch, 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 falsch. So und so. Machen dann erst die Spikes und dann die Grinder. Welcome back, Grinderman. Zwei Stück geil. So, warte. Ah, Upgrades noch. Äh, Mob Grinding Units. Ah, ich glaube, das ist doch stärker als gedacht mit dem Hals. Ich glaube, ich werde gleich die Folge abbrechen, verkürzen. Absorption Radius. Mopsen brauche ich mal nicht. Hä? Äh, Fire Spec. Quatsch. Looting auch nicht. Smite. Warte mal, irgendwo war doch... Hm. Ist das der Absorption Radius? Kann ich mir vorstellen. Also, warte mal. Wir nehmen dann nochmal... Obwohl, eine ist das eher dieses... XP-Ding, ne? XP-Trap. Äh, warte. Mob Van Upgrade. Können wir probieren das einfach mal. Sechs Stück pro Grinder. Also brauchen wir zwölf. Genau, dann machen wir natürlich drei Stacks von den Dingern. Und zwölf Stück am Start. Brauchst du Strom? Braucht er eigentlich Strom? Ja, ich glaube nicht. Der braucht nur einen Hebel, ne? Der braucht nur einen Hebel, man. So. Jetzt ist natürlich die Frage, was für Blöcke dahinter? Ich würde fast schon sagen Iron. Beziehungsweise Conduits. Mit einem Schalter, damit wir das auch anhebeln können. Zack und zack. Nein. Doch, jetzt. Okay. Dann sechs Stück da. Ah, die gehen gar nicht. Okay, alles gut. Hör auf, mich zu schuppen. So, da fehlen ein paar Conduit-Fassaden. Conduit-Fassadis. Conduit. Nehmen wir die. Ja. Genau. Oder, ne, warte mal, warte mal. Ist der technisch? Nehmen wir die. Alles gut. Oh yeah, meine Fahrstuhlblöcke. Nice. So, dann brauchen wir noch einen Leather. Da haben wir einen. Warte mal. Komm, bringen die was? Ja. Also rein theoretisch wird auch nur einer was bringen. Aber das ist sonst nicht genau gleich. Okay, komm, ne, komm, ne, komm. Achtung. Hallo? Das ist ja scheiße. Warte mal. Dafür sind wir hier, um das Ganze zu testen. So, wartet mal. Wir benutzen mal ganz kurz das hier. So. Und machen wir was anderes. Ich glaube nämlich, die böse Stelle, also die Stelle, die Schaden macht, die ist, glaube ich, genau da drüber. Also müssten wir quasi zwei Mixer von oben haben. Okay, machen wir das anders. Ich habe gar keine Blöcke mit. Genau. Wollte ich schon immer mal machen. Ich wollte einfach mal einen Grinder hinstellen. Endlich hat Ahndes Seed mal einen Grund. Eine Arbeit. Ahndes Seed, no. So, dann machen wir das so. Sieht zwar vielleicht nicht so sexy noch, wenn ich ehrlich bin. Aber deckt auf jeden Fall mehr ab, als gedacht. So, einmal. Zweimal. Kommt der Grinder hier dran. Ey, da wird immer voll weggedrückt. Guck mal. Sieht echt aus, wie so zwei Startmixer, die irgendwo reinfahren wollen, ne? Das ist ja cool. So, das haben wir. Äh, ich überlege mir gerade auch, wie war das vor... Vor Stecken. Ich glaube, wir müssen echt hier was rüber bauen. So, andere Seite auch noch. Und danke nochmal an Mats, der mir nochmal die Kabel erklärt hat. Weil die Kabel, die es vorher gab, die haben an jeder Stelle Redstone rausgelassen. Und die wirklich nur da, wo man es haben möchte. Quasi, sprich hier. Ey. Und deswegen hat die damals auch keiner benutzt, die anderen Kabel, weil die einfach kacke waren. Und dann hat der Entwickler gesagt, ja gut, dann, äh, Mats, hau ab. Dann lassen wir die raus. Bin ja wohl eigentlich okay. So, das ist aber schön, oder? Das gefällt dem Peter zutiefst. Äh. Strong Signal. Äh, wo habe ich denn meine... Hallo? Wo habe ich denn meine Blöcke, meine Konduits? Wo habe ich denn meine Konduit-Blöcke, bitteschön? Hallo? Habe ich echt keine Konduits mehr? Konduits. Ich muss aber überlegen, ich glaube, das, was gerade da dran war, fand ich jetzt nicht so geil. Ich nehme jetzt nochmal die hier. Mach den Lever da mal drauf. Top. Top. Andere, da hinten ist einer. Warte. Ich meine, klar, der wird jetzt hier von dem Wasserfall da rübergezogen. Aber wir müssen ihn einfach mal motivieren, darüber zu schwimmen. Komm. Schwimm nach links. Top. Ich habe ihn in diesen Glowstorm-Block gedrückt. Ja, da müssen wir natürlich ein bisschen neues spawnen. Auf jeden Fall, so soll es funktionieren, weil die Grinder prinzipiell vor sich was kaputt machen. Ich meine, ich will jetzt auch nicht hier das ganze Wasser voll mit Grindern haben. Macht ja auch keinen Sinn. Oh. Oh, geschafft. Jawohl. Ja, noch eine geilere Idee. Mein Gott. Hier entsteht alles on the fly. Peter, mach dir nächstes Mal Gedanken. Äh, vorher Gedanken. Nächster Vorgedanken. Weil achte mal drauf, wenn die Grinder so gut funktionieren, in der Position, ne? Könnten wir ja auch folgendes machen. Weil dann, ähm, halten wir das Design irgendwo bei. Wenn wir das einfach so machen. Und zwar, warte. Ja, genau. Das ist ja Erde, oder was? So. Und. So. Und dann machen wir die hier so rein. Wie cool ist das denn? Ja, das ist ja mal mega geil. Okay, warte. Ich meine, ich möchte trotzdem hier irgendwie ein Lever haben, um das Ganze, ähm, zu benutzen. Klar. Um das Ganze zu benutzen. Hier ist ja noch Verbindung zum, geilen System. Boah, ich überlege gerade. Ich stelle bei euch das jetzt auch sechsmal um. Egal, machen wir trotzdem, ähm. Zwei, drei. Okay. Kriegen wir hin. Achtung. Oh, ich dachte schon, ich war raus. Da falle ich raus. Ich wusste es. Äh, Wasser ist auf der Höhe. Das heißt, ja, wir müssen echt hier durch. Und müssen uns erstmal ein bisschen Platz machen, damit wir da drankommen. Und jetzt sollte der Grinder jeden Moment erscheinen. Also, ich denke mal, jetzt. Da ist er. Oh, von unten sieht er eigentlich ganz cool aus. Nice. So, andere Seite genauso. Ich glaube, die waren vier Blöcke auseinander. Ah, drei nur. Okay, cool. Keine mehr. Drei nur. Okay. Sorry. Weil das gerade, ich glaube, je länger ich labere, desto besser wird. Aber wie gesagt, sollten jetzt die Tage keine Folgen kommen. Ähm, habt ein bisschen Mitleid mit mir. Und informiert bitte die anderen. Dasselbe ist immer noch bei City Skylines. Ich weiß nicht, wie ich die Map wieder hinkriege. Aber ich halte mich dran. Ich hoffe, das funktioniert jetzt bald wieder. Weil da steckt so viel Arbeit drin. Die würde ich ganz gerne weitermachen. So. Prinzipiell. Nein. Ah, falscher Knopf. Ich darf nicht gedrückt halten. So, jetzt. Zack. Also, ich hatte Shift gedrückt gehalten. Dann ist man im Abbaumodus. Nice. Dann machen wir hier die Dinger wieder dran. Aber guck mal, so entsteht das. Das ist einfach so spontan. Genau. Da kommt jetzt das Kabel hoch. Perfekt. So. Dann brauchen wir natürlich noch etwas, was die ganzen Sachen einsaugt. Könnten hier einen Item-Buffer. Aber obwohl eigentlich braucht er eine Verbindung. Ich glaube, ja. Hm. Also hier so ein kleiner Würfel, der das Ganze einsaugt. Reicht der irgendwo? So, folgendes. Wir brauchen einmal einen Importer. Der ist ins System importiert. Dann brauchen wir eine Vakuum-Chest. Das ist, denke ich, immer die coolste Variante. Sechser Radius hat die. Ja, reicht locker. So. Das war dann ein bisschen asymmetrischen. Oder wir nehmen mal zwei, damit es gleich... Ja, komm, wir nehmen zwei. Wir nehmen zwei da vorne hin. Kabel kommt dann hier hoch. Ja. Zwei sind gut. Boah, das wird hier bestimmt noch so cool. Und ihr habt auch wirklich so schöne Kommentare und Ideen drunter geschrieben. Wegen dieser Dschungelinsel, was man da reinbauen kann. Also ich habe auch schon richtig schöne Ideen. Ich muss mal gucken, wie ich das umsetze. Dankeschön. Deswegen weiterhin schöne Kommentare in die Kommentare schreiben. Und gerade, wenn ich quasi ein bisschen ausfalle, lese ich eh ein paar Kommentare mehr. Not painted. So, ein davon ist schon konfiguriert. Ich meine, klar, wir werden wahrscheinlich schon benutzt haben, das Ding. Oh, hallo. Na, wie geht's euch? Geht's euch gut? Habt ihr viel Tinte am Start? Oh, Mann. Jetzt wird die Schlimm-Dierwein. Haut ab. Habt ihr ordentlich Tinte auf dem Füller, Alter? Genau. Machen wir so. Oh, nein. Ah, doch, können wir machen, ne? Können wir das machen? Können wir sagen, der soll die rausdrücken auf der einen Seite? Mhm. Ich überlege gerade. Glaube nicht. Aber das ist doch blöd. Jetzt bin ich traurig. Warte mal. Vor allem hat man hier mal den Zwang... Ist das jetzt hier runtergefallen? Er ist echt da runtergefallen, ey. Mein Gott. Man hat hier mal den Zwang, zumindest ich, das Ganze schön zu machen. Deswegen brauchen wir noch ein Conduit. Also ich meine, klar, sonst würden die Inseln nicht so aussehen, wie sie aussehen. Ganz, ganz klarer Ansage hier. Aber das nimmt teilweise auch relativ viel Zeit in Anspruch. Item Buffer da. So. So. Und, klar, hätte ich mir vorüberlegen können, wie ich das ganz genau baue. Aber dann hätte ich das Ganze auch schon bauen müssen. Und das wollte ich nicht, meine Freunde. Verpisst dich! Jetzt genau, jetzt gehen die da runter und ich mach das jetzt an. Ich mach das jetzt an. Nö, die können mich mal. Ja, ihr könnt mich mal, meine kleinen Dinger da. Pass auf. Los, was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Ich mach das für ein Geräusch. Ja. Ich muss wissen, wo ich was hinbaue. Jetzt im Vorfeld schon. Krass, oder? Jetzt sind die weg. Okay, warte. Guck mal, die wollen immer dahin, wo ich hingucke. Die sind krass. So, endlich, Alter. Endlich. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wo die andere Vakuum-Jazz hin ist. Ich habe es gewusst. Nicht. Nein, ich sehe nicht, wo es ist. Oh. Alarm. Ja, top. Da hat noch niemals irgendwas Auer gemacht bei dem Ding. Oh, oh, da kommt Wasser raus. Ne, auch nicht. Ah, hier. Perfekt, Alter, perfekt. Dann fahren wir mal hier zurück. Ihr wisst ja, kein Wasser ins World dauerhaft. Mal eben zum Bauen, kein Problem. Aber für immer nicht gut. Ist wahrscheinlich gar nicht mehr so, aber Sky hat mal super krasse Probleme. Dann nimmt man halt jeden Strohhalm, den man kriegt, um Lacks zu vermeiden. Ich meine, der Server läuft auch wieder besser. Ich weiß nicht, wer was weggebaut hat. Aber prinzipiell würde ich zum Beispiel hergehen und alle Sachen entladen. Also ich würde vielleicht dieses Junk-Lade-Tool, das ist ja glaube ich Feed the Beast Utilities, würde ich die Config oder so entfernen oder je nachdem, wo sich die Spielerdaten drin speichern. Und sagen, yo, wer noch spielt, kann sich neue Chunks claimen und gut ist. Das wäre so krass, Server-Performant-ter. Das geht dann hier rein. Können wir direkt machen, Insert. Nein, Insert und Redstone-Signal mache ich Disabled. Und da machen wir jetzt dran den Importer. Ah, sind schon ein paar Sachen drin. Und alles wurde importiert. Sehr gut. Nein, 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 oh, ich wollte schon sagen. Die wollen halt zu den Vacuum Chests hinfliegen. Hinfliegen wollte ich aber jetzt nicht. So, bis hier oben rein, das entfernen. Ausstellen. Ich meine, hat glaube ich gar keinen Einfluss darauf, wenn die Kiste nicht darauf irgendwie reagiert. Also kann man hier einstellen. Aber ich möchte das trotzdem nicht. Ja. Und komm, jetzt holen wir einen Switch. Wir haben keinen Switch. Warum baue ich nicht mal 10 oder so? Oder 20 oder 100? Sorry. Komm, wir bauen einen Switch. Da haben wir einen. Nice. Also sollte morgen wieder waren, die Stimme würde dann ein bisschen besser werden. Ich muss sagen, vielleicht hätte ich auch ein bisschen warten sollen mit der Aufnahme. Es wird, im Gegensatz zu ganz am Anfang, wird es auf jeden Fall ein bisschen besser. Miep. Muss ich aber noch ein bisschen stylen hier. Also das funktioniert zwar jetzt, aber... Ach, guck mal, ich muss gar nicht dieses... Okay. Okay. Äh, was soll ich noch machen? Ah, der ist fertig. Der muss nur noch anschalten. Mach's gut, ihr Flaschen. Komm, fahrt mal drüber. Kommt, fahrt über die Grinder. Jetzt drüber fahren. Aber die werden auf jeden Fall sterben. Pass auf, hier guck. Jetzt fahrt über die Grinder, bitte. Ah, da ist er gestorben. Okay. Also die haben doch nicht so eine große Range. Die müssen echt drankommen. Also berühren müssen die das. Vielleicht versetzte ich die nochmal, aber so funktioniert es erstmal. Jetzt machen wir folgendes. Und zwar würde ich noch ganz gerne mindestens eine Kette hoch machen. Chain from the Bottle. Brauchen wir noch ein paar Stone Bricks, weil ich glaube, das sieht richtig cool aus. Da. Nice. Muss nur gucken, wo hier der letzte Rand ist. Das wäre dann hier. Dann könnte man auch... Ne, ist gut. Machen wir das so. Dann haben wir Chain Bottom, Chain Middle und Chain Top. Hä? Nein. Warum denn? Warte mal, geht das echt nicht so gut hoch? Warum denn nicht? Egal, dann nehmen wir an, das ist die zum Bauen. Pass auf. So. Und Chain Top. Müssen wir allerdings anders vor Dingsen. Also ich mache so wahrscheinlich. Den Mittel nochmal weg. Und den Top am Start. Ah, okay. So sieht es dann aus. Okay. Und Chain Bottom. Weil die Immersive Engineering Seile, die wollte ich ja zuerst nehmen. Das Problem bei den Seilen ist aber, dass die quasi durchhängen. Und wenn man irgendwas aufhängt, wäre es irgendwie blöd, wenn man dann so einen Durchhänger hat. Das Schiff kann man gut damit verankern oder andere Sachen, aber nicht, sag ich mal, so eine Insel, die straight runterhängt. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Auf einer Seite wäre natürlich ein bisschen blöd. Äh, wahrscheinlich hier hinten noch eine. Und dann, ähm, beziehungsweise zwei hier hinten. Vielleicht hier noch. Dann da noch. Okay, wir machen doch mehr. Äh, da noch. Und eine dann noch hier am Rand. Ja, da kommen noch ein paar Ketten dran. Ähm, wenn es euch trotzdem gefallen hat heute, auch wenn die Folge ein bisschen durch war, lasst die Bewertung da. Und, ähm, ich hoffe, mir geht's, also der Stimme geht's morgen ein bisschen wieder besser. Und ansonsten gibt's eigentlich eine fette Pause. Also, bis später und hab noch viel Spaß. Tschüss.